hallo liebe fußballfreunde willkommen auf werners fußballecke ja heute habe ich ein neues fußballquiz für euch und zwar ich zeige euch heute viele fußballer und ihr müsst entscheiden für welches land er spielt wenn euch das für spaß gemacht hat dann teilt das video doch mit euren freunden dankeschön dann viel spaß bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.